Sie wollten Weihnachten nicht mit ihrer Mutter verbringen und ließen sie allein zu Abend essen. Tage später bereuten sie es bitterlich. Am Nachmittag des 24. Dezember war Vera, eine 70-jährige wohlhabende Dame, aufgeregt wegen des Weihnachtsessens. Sie bereitete ein luxuriöses Abendessen für ihre fünf Kinder vor. Charles, Eddie, Michael, Alexandra und Andrew. Ihre Söhne waren bereits erwachsen und lebten nicht mehr bei ihr. Ihre Magd, Alessandra, half Vera, den Esstisch zu decken und würde bald zu ihrem eigenen Familienessen aufbrechen. Der Tisch war mit allem von exotischen Früchten bis zu Kaviar, feinen Gerichten wie Lachs und Garnelen sowie traditionellen Weihnachtsspeisen geschmückt. Zu trinken gab es teure Champagner, edle Weine und Säfte. Alles war perfekt. Vera hatte mehrere Geschenke für ihre Kinder gekauft und war sehr aufgeregt. Jedoch sorgte sich Alessandra, die ihre Chefin liebte, als wäre sie ihre eigene Mutter, um solche Aufregung, da sie befürchtete, dass Vera von ihren Kindern enttäuscht werden könnte. Es stellte sich heraus, dass Veras Kinder unangenehme Menschen mit schrecklichen Charakteren waren, die ihre Mutter kaum besuchten und nur erschienen, wenn sie Geld brauchten. Vera war eine erfolgreiche Geschäftsfrau, Mehrheitsaktionärin in einem großen, berühmten Luxusautounternehmen und teilte ihre Gewinne jeden Monat mit ihren fünf Kindern. Keiner von ihnen arbeitete und sie waren nicht einmal verheiratet. Sie gaben das Geld ihrer Mutter für internationale Reisen, Partys auf Yachten, Luxuseskorten, Kleidung, Uhren, Autos und alles Vorstellbare aus. Vera wünschte sich auch sehr Enkelkinder, aber keiner ihrer Söhne, trotz ihres Alters, war daran, eine eigene Familie zu gründen. Die fünf Söhne, über 40 Jahre alt, lebten immer noch von dem Geld ihrer Mutter. Keiner von ihnen wollte in der Nähe bleiben oder in der Villa mit ihr leben, da sie wussten, dass mit der Zeit jemand sich um Vera kümmern müsste, die bereits betagt war. Die besorgte Magd fragte ihre Chefin, ob sie sicher sei, dass sie kommen würden. Die Millionärin bestätigte dies und drückte ihre Freude aus, da es schon lange her war, dass sie ihre ganze Familie versammelt hatte. Dann beendete Alessandra ihre Hilfe für Vera und ging früh nach Hause, während Vera auf das Eintreffen ihrer Kinder wartete. Die Weihnachtsdekorationen und den Tisch voller Essen bewundernd. Als es Nacht wurde, erschien keiner der Schurken. Vera, besorgt, dass etwas passiert sein könnte, versuchte sie anzurufen, aber niemand antwortete. Dann schickte sie jedem von ihnen eine Sprachnachricht und wartete auf eine Antwort. Jedoch achteten die fünf Söhne, einer schlimmer als der andere, was ihre Mutter anging, nicht einmal auf ihre Nachrichten. Sie befanden sich alle auf einer Party nicht weit von Veras Villa entfernt, in Alexandras luxuriösem Apartment. Die Brüder hatten sich untereinander geeinigt, die Feiertage anders zu feiern, mit viel Trinken, Frauen, Drogen und endlosem Feiern. Sie wussten, dass das Fest ihrer Mutter nur ein normales Abendessen mit Weihnachtsmusik sein würde und sie waren sicher, dass sie darauf bestehen würde, dass jeder betet. Nach einiger Zeit begann Vera, bereits sehr besorgt, Nachrichten von ihren Söhnen zu erhalten. Jeder gab eine lächerlichere Ausrede als der andere an, warum sie es nicht schaffen könnten. Die Dame fand sich allein und sehr traurig. Keines ihrer fünf Kinder wollte das Abendessen mit ihr verbringen. Ihr Herz war gebrochen und schmerzte. Sie weinte, fühlte sich furchtbar, dass sie immer weiter auseinanderwuchsen und keiner von ihnen wollte auch nur einen Tag im Jahr mit ihr verbringen. Die Geschäftsfrau war am Boden zerstört und konnte nicht glauben, dass sie sie ausgerechnet an Heiligabend im Stich lassen würden. Sie war so traurig, dass sie das Abendessen, das sie so lange vorbereitet hatte, nicht einmal anrührte. Sie ging einfach in ihr Zimmer und weinte. In der Zwischenzeit wurde bei der Mark zu Hause das Abendessen serviert. Es gab nichts Luxuriöses wie bei Veras Haus, aber alle waren glücklich. Es hatte die grundlegenden Mahlzeiten eines Weihnachtsessens und zum Trinken gab es viele alkoholfreie Getränke und Säfte. Alessandra hatte zwei Kinder, Julian, 18 Jahre alt, der immer noch bei ihr und ihrem Ehemann Markus lebte und Jenny, 25 Jahre alt, die bereits verheiratet war und zwei kleine Kinder hatte. Die Kinder der Magd, im Gegensatz zu denen der reichen Frau, waren immer an der Seite ihrer Mutter, halfen, wenn sie es brauchte und waren immer bei den Feierlichkeiten dabei. Die älteste Tochter besuchte sie jedes Wochenende und brachte ihre Enkelkinder mit, um das Haus aufzuhellen. Ivan, Julias Ehemann, liebte auch seine Schwiegereltern und kam sehr gut mit ihnen aus. Das Abendessen war einfach, aber was zählte, war, dass an diesem Heiligabend alle um den Tisch versammelt waren, sangen, sprachen und die Kinder herumliefen und spielten. Alles war perfekt, aber Markus bemerkte, dass seine Frau für einen Moment gedanklich woanders war, als ob sie besorgt wäre und fragte, ist alles in Ordnung, Liebling? Oh ja, Liebling, ich denke gerade an Frau Vera, ich frage mich, ob einer ihrer Söhne gekommen ist, sagte Alessandra nachdenklich. Alle waren neugierig, was los war. Die Magd erklärte, dass Vera sehr reich war und dass ihre selbstsüchtigen Kinder sie ständig ausnutzten. Sie besuchten sie kaum, wollten aber immer mehr und mehr Geld. An diesem besonderen Abend freute sich die Dame, auf die sie sehr viel hielt, ihre fünf Kinder zu empfangen. Aber sie glaubte nicht, dass die Kinder der Chefin erscheinen würden, da sie wusste, wie schlecht sie waren. Allen fiel auf, dass Alessandra traurig war, da sie Vera sehr mochte. Also schlug Julian eine Idee vor. Mama, warum gehen wir nicht zu ihrem Haus, als ob wir ihr frohe Weihnachten wünschen wollten und sehen, ob sie wirklich allein ist? Alessandra gefiel die Idee sehr und fragte, ob alle einverstanden wären. Da sie sehr gute Menschen waren und es nicht wollten, dass sie Weihnachten allein verbringt, waren sie begeistert und stimmten zu. Die Villa war nicht weit von ihrem Wohnort entfernt. Also fuhren sie mit Ivans Auto. Der Schwiegersohn auf den Vordersitzen waren Markus und Ivan am Steuer und hinten Alessandra, Jenny und Julian mit den Kindern auf dem Arm. Als sie bei Veras Haus ankamen, läuteten sie und warteten. Vera, die zusammengerollt auf dem Bett lag, hörte die Klingel und fragte sich sofort, wer es sein könnte, da ihre undankbaren Kinder nicht kommen würden. Sie war überrascht, als sie Alessandra und ihre Familie vor der Kamera sah. Vera lief die Treppe hinunter und öffnete die Tür. Die Magd merkte sofort, dass die Kinder der Chefin nicht erschienen waren und erfand eine Ausrede. Guten Abend, Frau Vera. Frohe Weihnachten. Es ist mir etwas peinlich, das zu sagen, aber unser Tisch zu Hause ist kaputt gegangen und unser ganzes Abendessen ist auf den Boden gefallen. Und meine Enkelkinder und meine Kinder. Nun, ich wollte meine Familie nicht hungrig an Weihnachten lassen, also dachte ich. Aber bevor die arme Mark zu Ende sprechen konnte, unterbrach sie Vera, die wieder voller Freude war. Aber natürlich, meine Liebe, ihr seid alle hier sehr willkommen. Kommt bitte herein und fühlt euch wie zu Hause. Die reiche Frau war wieder aufgeregt. Sie war überrascht über den unerwarteten Besuch, aber sie konnte nicht glücklicher sein, da sie Weihnachten nicht allein verbringen würde. Sie sagte allen, sie sollten sich setzen und sich um den riesigen und reich gedeckten Tisch versammeln. Mit großer Freude im Herzen und Emotionen sagte sie, ich bin sehr glücklich, dass ihr alle heute bei mir seid. Gott weiß, wie sehr ich das gebraucht habe. Ich bin dankbar für alles, was ihr hier in diesem Haus tut. Alessa, du bist die Tochter, die ich nie hatte, also seid ihr und eure Familie immer willkommen, jederzeit vorbeizukommen. Dann kam Mitternacht und sie aßen alle gemeinsam zu Abend. Es war alles ein großer Spaß. Sie hörten Musik, sahen das Feuerwerk, das auf der Straße gezündet wurde, sangen, sprachen und feierten die ganze Nacht. Als die Kinder zum Spielen um den riesigen Weihnachtsbaum rannten, riefen sie, Mama, hier sind Geschenke, schau, können wir sie öffnen? Jenny verlegen sagte sofort, Nein, Kinder, die sind nicht für euch. Kommt her. Sie entschuldigte sich bei der reichen Frau. Es tut mir leid, Frau Vera. Aber die Millionärin war glücklich, weil sie die Haltung der Kinder sehr entzückend fand. Einen Moment lang stellte sie sich vor, wie es wäre, mehrere Enkelkinder im Haus herumlaufen und spielen zu haben. Dann sagte sie, macht euch keine Sorgen, meine Liebe. Tatsächlich möchte ich euch heute Abend Geschenke geben. Alle kommt hierher zum Baum. Die Familie der Magd empfing schüchtern, aber glücklich die Geschenke. Sie hätten sich nie vorstellen können, dass sie eines Tages solche teuren Dinge haben würden. Markus, Yvonne und Julian erhielten goldene Uhren, importierte Parfums und schicke T-Shirts sowie hochmoderne Elektronik. Alessandra und Jenny bekamen jeweils ein neues Handy, das eigentlich für die Kinder der reichen Frau gedacht gewesen wäre. Für die Kinder, da es keine Geschenke gab, bat die Dame sie um einen Moment und betrat einen der Räume. Sie kam etwas später zurück, voll mit Spielzeug, was die Kinder sehr glücklich machte. Es stellte sich heraus, dass Vera, die sich nach Enkeln sehnte, im Voraus ein paar Dinge gekauft hatte. Die Kinder sprangen vor Freude auf und ab, rannten auf Vera zu, standen um ihre Beine herum, glücklich und aufgeregt und bedankten sich wiederholt, Danke, Oma Vera. Jenny entschuldigte sich und bat die Kinder aufzuhören, sie Oma zu nennen. Aber die Millionärin wurde emotional und weinte fast. Für einen Moment, als sie all diese Menschen dort sah, versammelt, lachend und feiernd, lächelte sie. Sie fühlte, als wäre dies ihre Familie. Sie war sehr glücklich über den wunderbaren Abend, den sie ihr bereiteten. Sie lud sie ein, dort zu übernachten und am nächsten Tag organisierten sie ein Barbecue mit den Essensresten vom Abendessen. Sie hatten viel Spaß. Am Ende des Tages verabschiedete sich Vera von ihnen, bedankte sich für alles und sagte, dass sie noch nie ein so glückliches Weihnachten in ihrem ganzen Leben gehabt hatte. Die Familie stieg ins Auto ein, während die reiche Dame mit Alessandra sprach. Vera schaute ihr in die Augen und sagte, dass sie ihre wahre Absicht für das Erscheinen zum Abendessen kannte. Ich weiß, warum ihr das getan habt, meine Liebe, und ich bin sehr dankbar. Meine Kinder sind undankbar, und ich hatte mit eurer Familie etwas, das ich mit ihnen nie hatte. Vielen Dank, dass ihr meinen Abend besser gemacht habt. Alessandra wurde emotional, umarmte die Dame liebevoll und ging. Am nächsten Tag, dem 26. Dezember, hatten keiner der Kinder der Geschäftsfrau irgendwelche Nachrichten hinterlassen und Vera erkannte, dass nur Alessandra und ihre Familie sie wertschätzten. Sofort rief die reiche Frau den Finanzanwalt ihres Unternehmens an und bat ihn, alle ihre Anteile an Alessandra zu übertragen. Und so geschah es. Vera lud auch die Magd und ihre Familie ein, Silvester bei ihr zu verbringen. Sie waren sehr glücklich, da sie sich der Dame verbunden fühlten, und alle feierten das neue Jahr mit großer Freude. Ein paar Tage später, als Alessandra in die Villa kam, um zu arbeiten, fand sie die Dame auf dem Boden des Schlafzimmers liegend. Verzweifelt rief sie einen Krankenwagen, der schnell ankam. Die Sanitäter versuchten sie wiederzubeleben, aber ohne Erfolg. Vera war an einem Herzinfarkt gestorben. Die Magd, untröstlich, bedauerte nicht bei der Dame gewesen zu sein. Vera starb allein in diesem riesigen Haus, ohne eines ihrer Kinder in der Nähe. Alexandras ganze Familie war tief betrübt und weinte tagelang. Selbst bei der Beerdigung hatten die Söhne nicht die Anständigkeit zu erscheinen. Alessandra organisierte alles. Überall im Raum waren Petunien, denn Alessandra wusste, dass sie die Lieblingsblumen der Dame waren. Ihre engsten Firmenmitarbeiter hielten eine bewegende Rede und ehrten ihre Chefin. Die Familie der Magd erzählte auch, wie strahlend Vera in den letzten Tagen gewesen war, wie wunderbar es war, bei ihr zu sein und dass es ein enormes Vergnügen war, sie kennengelernt zu haben. Mitarbeiter und Freunde verabschiedeten sich von der Dame. Am nächsten Tag ging Alessandra zur Villa, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Sie wollte alles in Ordnung bringen, aus Rücksicht auf Vera. Die gemeinen Kinder, die jeden Moment ankommen sollten, waren jedoch bereits in der Villa und stritten sich. Nicht einmal einen Tag nach der Beerdigung der Dame stritten die Schurken bereits darüber, wer was vom Erbe bekommen würde. Als sie Alessandra ankommen sahen, blickten sie sie verächtlich an. Der Älteste, Charles, sagte, verschwinde hier, Magd. Jetzt, wo unsere Mutter tot ist, bist du hier zu nichts mehr Nütze. Du bist entlassen. Geh weg. Und alle anderen stimmten zu. Alessandra ging verletzt und sehr wütend weg. Wie konnten sie nur so gefühllos sein, diese Bastarde? Aber sie wussten nicht, was auf sie wartete. Tage später wurden die Interessenten zu einer Besprechung im Unternehmen einberufen. Sie waren aufgeregt, machten viel Lärm, schrien, forderten, dass die Anwälte sofort das Testament der verstorbenen Mutter verlesen. Die Anwälte setzten sich im Besprechungsraum mit den fünf Kindern der ehemaligen Chefin zusammen und begannen, das Testament zu verlesen. Die Schurken waren gespannt darauf, den Teil über die Verteilung des Erbes zu hören. Als dieser Moment eintrat, las der Finanzanwalt, Die Tölpel waren schockiert. Alle begannen zu verzweifeln. Was für ein Scherz ist das? Dieses Dokument ist falsch. Und der Anwalt fuhr fort, Alle Vermögenswerte in meinem Namen, einschließlich der Villa, in der ich derzeit lebe, und alle Anteile an der Firma Valure Automobils müssen auf Alessandra Santana übertragen werden, die nun die neue Mehrheitsinhaberin des Unternehmens ist. Die Schurken konnten nicht glauben, was sie hörten. Es stellte sich heraus, dass ihre Mutter das gesamte Geld auf der Bank ausgegeben hatte. Sie hatte alle ihr gehörenden Immobilien verkauft, einschließlich der Immobilien, in denen die Söhne lebten. Und die alte Frau hatte keine Anteile mehr auf ihren Namen. Die einzigen Dinge, die ihr geblieben waren, waren das Unternehmen und die Villa für die Markt. Sie waren erfüllt von Wut. Das ist absurd! Das hätte sie nicht tun können. Wir werden euch verklagen! Aber mit welchem Geld werdet ihr das tun? fragten die Anwälte hochmütig lachend die Tölpel, denn sie wussten, dass sie sehr schlecht zur verstorbenen Chefin gewesen waren und nun bekamen, was sie verdienten. Und der Finanzanwalt schloss ab. Würden sie jetzt bitte gehen und nie wieder zurückkommen? Hier sind sie nicht willkommen. Er rief die Sicherheit und die fünf Penner wurden hinausgeleitet, gedemütigt und ohne einen Pfennig in den Taschen. Tage später erhielt Alessandra die Nachricht. Sie und ihre Familie konnten nicht glauben, dass sie nun die Chefin des Unternehmens und Besitzerin der riesigen Villa war. Alle freuten sich und Alessandra weinte vor Rührung. Sie beschloss, zuerst allein zur Villa zu gehen und als sie sie betrachtete, konnte sie nicht glauben, dass all das nun ihr gehörte. Die Markt weinte, freute sich und erinnerte sich gleichzeitig an die Dame, die durch das Haus ging, ganz glücklich und an die Gespräche, die die beiden geführt hatten und wie sie so freundlich waren. Sie betrat das Zimmer der Dame und sah ihr leeres Bett. Sie näherte sich dem Bett, strich über die Decke und wurde emotional. Bald bemerkte sie, dass sie einen Brief an sie gerichtet auf dem Frisiertisch ihrer verstorbenen Chefin hatte. und als sie ihn las, war sie überrascht. Hallo, meine liebe Alysa. Ich weiß, dass du traurig über meinen Abschied bist, aber ich möchte nicht, dass du dich sorgst. Du warst die Tochter, die ich nie hatte und wir hatten großartige Zeiten zusammen. Du und deine Familie haben mein Herz in diesem letzten Weihnachten wie nie zuvor erhellt. Ich fühlte mich sehr geliebt und jetzt möchte ich, dass du dich auch von mir geliebt fühlst. Ich hinterlasse dir alles und es würde mich sehr freuen, wenn du hier in die Villa ziehen würdest. Dieses Haus muss voller Leben sein, wie an jenem Heiligabend. Ich bitte dich, mich nie zu vergessen. Eine große Umarmung und auf Wiedersehen. Die Magd, am Rand des Bettes sitzend, begann zu weinen und war sehr gerührt von den letzten Worten ihrer geliebten Herrin. Kurz darauf übernahm Alessandra als Chefin die Leitung des Autoherstellers und begann dort zu arbeiten. Sie nahm sich vor, alles zu tun, um Veras Namen zu ehren. Und so wuchs und wuchs das Unternehmen. Die neue Chefin und ihre Familie zogen in die Villa, wo sie sehr glücklich lebten. Und an jedem Heiligabend erinnerten sie sich mit großer Zuneigung und Liebe an die Dame. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, wird sie sicherlich das nächste Video, das auf Ihrem Bildschirm erscheint, auch bewegen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, geben Sie uns einen Daumen hoch und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, damit Sie keines unserer nächsten Videos verpassen. Ein riesiger Kuss und bis zur nächsten Geschichte. Untertitelung des ZDF,